Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück beim Rabenhorst und es ist mir eine besondere Ehre und ich freue mich wirklich sehr, 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 dass der Spielekaiser wieder dabei ist. Hallo, wieder zurück von den Toten. Gewesen. Genau, richtig, ja. Und Jackie natürlich. Guck mal, und schon ist er wieder vorne bei, ja. Vorne drin. Zwei Wochen Urhaft. Hallöchen. Ich freue mich, zwei Wochen Urhaft. Aber die Ausrede, nehmen wir schon auf? Äh, ja. Oh, Neustadt. So gehen wir da rein ins Militärlager, oder wie? Ja, klar, muss. Ich bin ja dafür, dass wir dann zurückgehen langsam und, ähm, so, da ist er. Digga, ist der in Ernst jetzt? Hat er noch angekündigt, hast du ja nicht aufgetpasst. Hä? Äh, Jackie, sagt er. Und dann, ja, alles, was ist los? Ich dachte, du wolltest, dass sie kaputt schleichen oder so. Die Mine hat gesehen. Achso, echt. Wo sind das für ein Lager? Das ist ja geil. Ja, voll, jetzt wird bestimmt irgendwo eine Kiste versteckt. Wieso hast du so viel Heulenballen? Ich denke auch. Warum liegt hier keine Zombies? Hm. Hm. Wir könnten ja, ich finde bestimmt, ich nehme jetzt auch mal das, das Stroh mit. Wir könnten ja mal, ähm, um unser Turm rum, also, dass wir halt Spitzen haben und dann eine Reihe zum Beispiel Strohballen. Das wäre so eine, wie so ein Notabstrung haben, weißt du? Oh, ich habe eine Kiste. Ich habe auch eine Kiste. Der Notabschwung ist gut, ja. Ja. War die versteckt, Jackie? Nee, gar nicht. Die war in einem, äh, in einem Zelt hier. Hier war voll die Munition drin. Ähm, military. Es gab nur diesen Patch und zwar sind wir jetzt in der Version 3.1.5. Das ist nur an die Zuschauer. Und ich habe auch den Server wieder neu gemacht. Ähm, mit der Streamer Edition. Hey, ähm, nochmal eine Frage, was ist mit dir denn? Warum, äh, ich habe gerade, ich habe gerade Holz, äh, Dings, einfach verschreddert. Was redest du denn? Guck mal, hier kann Holz zerschießen, einfach so. Oh Gott. Ja gut, deine Schrotze hat auch die Munitionsverschwendung, oder? Jetzt sehe ich da jetzt was falsch. Was ist das los? Munition, nicht verschwenden. Hä, sag mal, haben wir die letzten Folgen zusammenspielt? Konntest du wieder machen? Du hast so nur die Station aufgebaut. Ich frage mich, seit wann ich Munition nicht verschwenden habe. Was ist los mit dir? Wie, ein Zombie. Oh, fuck. Nein! Wo bist du denn? Steck fest! Fuck, ist das okay? Ich kann die Holz zerschießen. Ah, alles gut. Danke. Okay, du kannst Holz zerschießen, ich bin besser. Du kannst Frohwein aufsammeln. Ah, Mann, Ei, Bobbiebsch, geh'n aus. Together we are strong, my dear. Yes, yes, yo. Komm, komm, niederlande her, hier. Hold on my name. In your head. Walk, walk, don't be in a new thing, ding. Monatelang hier. Wie? Wie sieht denn der aus? Ich probiere jetzt irgendwie Platz in meinem Moment, also, den Crushed Sand, warum er nicht wirklich. Ah, noch kein Wodka und Whisky. Oh, scheiße. Nur geht's los. Wodka und Whisky. Whisky und Wodka. Wodka. Ey, Wodka. Do it. So, komm, hier, zack. Blick, dir, dir, dir. Zack, zack. So, ich muss mal eben hier was süppeln. Ganz schlimm Durst. Oh, das ist ein paar Ries für mich. Sollen wir, sollen wir den Stoff mitnehmen hier? Komm, du zu. Also, was macht man daraus, was ich? Man kann immer gebrauchen. Bandagen und so? Verzwine. Ey, ich brauch zehn Stück. Ich hab ja noch diese komische Quest. Immer noch? Oh, dann macht das Spaß. Immer noch. Ja, wir haben einiges in Quests gemacht, also, wir haben wir noch. Ja, ich muss, das Drying Rack muss ich noch craften. Das ist noch mein Stand der Dinge hier. Ja, das hab ich aber auch noch. Ähm, Jackie, komm mal zu mir. An der Tasche, wo ich stehe, ist Schrotzenmunition und eine Schrotze drin. Gut. Kannst du mal kurz zu mir kommen? Ja, hier ist noch ein drin. Kaiser, guck dir mal in den, in den Dings. In der Tasche. Hier in der Tasche am Bogen. Ah, perfekt. Danke. Vielleicht kannst du uns ja auch eine Schrotze bauen oder so. Was hat uns gefehlt, dass wir den Munition Table, dass wir Munition selber herstellen konnten? Schrotzenmunition. War gar nicht, ne? Du konntest es bauen. Die hab ich gebaut, äh, jetzt muss ich aber irgendwie, äh, jetzt muss man ja weiterkommen. Ne. Ne. Nein. Das läuft mir nicht. Advanced Workbench war doch unser Ding. Haben wir die nicht schon gebaut oder was hat uns gefehlt? Nee, Kasse. Frag mich jetzt grad. Ich bin... I'm, äh, I don't know. I don't know what you mean. Ah, wir brauchen Clow him on a wrench, genau. Genau. Wir brauchen dringend, Clow him on a wrench. Clow him on a wrench, okay? Also, schieß nicht mehr auf mich weg, wenn ich in der Nähe von der Bombe stehe. Natürlich. Ne. Was nimmst du denn? Was machen wir? Laufen wir jetzt zurück? 1424 ist ja noch ein bisschen... Ja, lassen wir nach Hause, genau. Ja, ja, ja. Auslooten. Ne. Zurück, ne? Auslooten. Dann können wir die Straße zurückrennen. Hier gibt's die nicht schon Spaß. Die müsste nämlich zurückgehen. Dann können wir die Autos noch looten, die auch umstehen. Loot. Loot, 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 loot. Hat jemand noch zu trinken dabei? Ein Wasser noch, aber das werde ich jetzt wahrscheinlich gleich selber. Ja, dann mach das, mach das. Laufen müssen. Laufen, danke. Ach, ich hab die Schrotze aufgenommen. Ich hatte gar keine Emissionen, die geb ich dir mal. Na ja, ist schon okay. Ne, luft mal erstmal. Was ist das denn hier? Kaiser, da war jemand, der heute Tasse hat. Ich hab's gespürt im Nacken. Äh, noch ein bisschen Steine mitnehmen für, für Pfeile. Ja, immer ne gute Sache. Ich mach 84 Pfeile, 87 Pfeile. Oh. Steinreich quasi. Ähm, Boltz. Strong Crossball Bolt. 14 Stück ist ja der Hammer. Nicht so wie... Nicht so viel Federn dabei. Wer bist du denn? Was ist es mit dem? Der sieht lustig aus. Der läuft komisch. Ich meine, wenn jemand zu dir sagen würde, verschwende die Munition, ich könnte ich das verstehen. Weil jeder zweite Schuss ja doch nicht... Also, der geht nicht kaputt. Jackie, sag ihm, er soll sterben. Pst. Die ab. Oh nein, das wird knapp. Hinter. Wow. So. Ich brauche unbedingt Nester, Feinde. Äh, Federn. Feinde, Federn, Nestern. Mann, haut ab. Da ist ein Dings drin. Den würde keiner noch nehmen. Was ist mit dem Erdruck? Ja, wir haben. Das ist besser. Wir brauchen den Airdrop. Wir brauchen den Airdrop. Wahrscheinlich. Sollen wir einen holen? Sollen wir einen holen? Bitte, ja? Geht einer hin? Ich habe ein Bier. Dann laufe ich da jetzt hin. Lauf. Die sind ja dran wahrscheinlich. Sieh den gerade ja nicht mehr. Hast du die noch auf dem Schirm? Ja. Ich habe ihn noch, ja. Länder. Okay, ich bin Bast. Ich laufe hin. Geht schon mal nach Hause und, und, ähm, mach Dinge. Tu Dinge, Ding. Tu Dinge? Äh, ja. Team, Team Arbeit. Wir brauchen nur Ranch, ne? Ähm, Kaiser? Kaiser, Ranch ist aktuell. Ranch habe ich nicht, ja. Nee, aber das ist nur der Punkt. Ja, dann müssten wir mal Sings durchsuchen, also hier Spülbecken. Ja, genau. Deswegen, das mache ich gerade. Wir haben wir in Hamburg, glaube ich, einen, oder? Nein. Ja, das ist schon wieder. What the shit, ey. What the shit, das wird so klein. Und, 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 und. Oh, ist schon leer. Und Steine noch, ne, Mega? Aber nicht das Klo. Ja, ich hole jetzt erstmal primär den Erdwurst. Steine, Federn, ja. Also das übliche. An den Nestern, die ich vorbeikomme, den nehme ich natürlich mit. Durchsuche Gedeck. Oh, ich brenne. Aber ich habe, wir haben auch noch diverse Munitionskisten. Also wenn wir intakte Waffen haben, ist das, sollte das alles gar kein Thema sein. Okay. Rolling Paper. Ich habe einen Knarre gefunden und ich habe noch eine Schrotze in der Tasche gehabt. Ich habe Munitionskisten, glaube ich, zu Hause diverse. Ich habe nur eine einstecken sogar. Ich habe Jackie gerade eine geschenkt. Ja, die zu Hause habe ich alle schon. Was? Hast du alle schon? Äh, ne. Weiß nicht, warum der die Munition hat, ey. Was? Ja, deswegen verschwindet die auch so. Ich bin der Schrotflintenmann. Ich habe die Schrotflintenglasse und werde auch die Munition auch dafür benutzen. Ja, aber du kannst ja zum... Ja, nicht aber. Ich höre jetzt ein aber, ich verstehe jetzt aber nicht. Ah, geil, habe ich das bei mir nicht gesehen? Ja, nicht aber. Aua. Was aber? Aua hast du mich an? Ihr werdet nicht. Aber nicht gleich. Aber. She was a dancing queen. Was war das für ein Geräusch? Was wollt ihr? Haut ab, ihr Kackviecher. Du Kackpost. Das Goldbuff. Wo ist unser Zuhause eigentlich? Wieso richte ich meinen... Schlefsack nicht. Hab ich ihn aufgenommen vorhin? Äh, Steine vom Boden aufkommen ist fast effektiver. Diverse Waffenteile. Das kann nicht sein. Ich muss... Warte mal, ich muss hier aufwarten. Ich hab nur... Wurde ein Airdrop oder was? Ja. Oh, ich brauch noch mehr Federn. Du brauchst mehr Federn. Ich habe noch 110. Oh yeah. Oh yeah. Da haben wir noch die ganzen Nester durch hier. Ein paar werde ich hoffentlich noch kriegen. Und dann äh... Und tausche ich ein bisschen Schrotz und Muni gegen Federn. Im Verhältnis 1 zu 10. Okay, ich komm zurück. Ich hoffe, der Bass langt aus. Was ist das jetzt mit dem Verhältnis 1 zu 10? Also... Ja, leg da mal drüber nach. Äh, das ist wie... Oh fuck. Moment, du brauchst aber... Äh... Mein Spinneninstinkt vibriert. Ich bin sicher, dass da was spielten Sonnen sind. Irgendwie... Äh, du willst mir was Böses. Irgendwas vibriert. Ich hab so Durst. Na, Handy, Moment. Bzzz, bzzz, bzzz. Das ist so Durst. Ich brauch dringend was zu trinken, weil meine Health geht jetzt gleich runter. Health. I need some health. Okay, nein. Nein, 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 nein. Ich kann Tint trinken. Tinte, ja. Ink. Theoretisch könnte das sogar gehen. Tink... Tink drin. Tink drin, genau. Magen-Innen-Tattoo. Genau. Messer. Genau so. So, dann war halb 5. Ich stehe nicht offen. Das war nicht... Oh Mann, I hate you. Boom. Ready. Cola dabei. Können schon mal Dilltserfen. Können schon mal Dilltserfen, doch. Spiel ist jetzt echt zu. Wir müssen die Zeit im Auge halten, meine Damen und Herren. Ja, vor allem hab ich irgendwie keinen Schlafsack. Irgendwie ist dann... Hast du wieder 2, ne? Ja, gerne. Ich mach 10. Also noch 9. Ich glaube, ich hab... Aber was ist das... Ist das eine Questreihe, die du da hast? Ja, ja. Craft a Drying Rack. Okay. Weil die haben wir alle, weißt du? Ja. Äh. Hab wir die noch nicht fertig? Du auch. Nee. Nee, nee. Haben wir nicht fertig. Ich hab Soft and Toe. Was ist das? Ja, weil wir... Soft and Toe. ...wenn wir den Twein für... Ich nenne es jetzt mal... ...wichtige Dinge brauchten. Achso. Also das ist das Trying Rack. Also... Wir haben halt Sachen hergestellt, die... Ne, guck, vermeintlich sichtiger war nicht hier. Wir haben die Trying Rack hergestellt. Oh, ne? Das war ja ganz am Anfang. Das muss ich ja ohne die Braten machen. Alright. Äh. Hm, hm. Watschen hier los, ey. Ich hab dir was zu trinken. Ich hab's mal verpasst. I'm so thirsty. Halleluja. Neue, ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Oh, ne, 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 ne. Was war denn hier das Glas? Doch. Soll ich reinpieseln, oder wie? Ja. Zumut. Ich fand's früher echt geil, dass man aus den Toiletten noch... ...das Bottled Murky Water holen konnte. Ja, genau. Wir sollen... Genau. Wichtiges... Wichtige Information. Die wir haben hier oben in der Base... ...haben wir diese Spülen. Diese zwei. Warum ruckelt das hier gerade sich ein ab? Oder ist? Stimmt noch orde. Ähm, die haben doch unten bei den Spülen stehen. Die sollen wir nicht abbauen, weil die kann man später reparieren. Und dann kann man da Wasser draus zapfen. Ach. Ist nicht wahr. Ja. Krass. Okay. Also kam als Feedback. Ist jetzt nicht meine Idee, sondern kam von den Zuschauern. Ich hab ja... ...Zendlich so, da ist er erst neu. Okay. Warte, ich stehe euch hin hier. Sind das die neuen Spikes? Ja. Die sind aufgewertet. Ja, genau. Aufgewertet. Man kann die Spikes aufwerten. Mit Scrap Iron. So süß. Sollten wir vielleicht noch ein paar setzen, oder? Ja. Jetzt kommt gleich die Horde, oder? Ein paar mehr? Also meinst du, wir sollten... Wir haben ja überhaupt die Möglichkeit... Okay, ich hol Holz. Machen wir noch ein wenig. 34 Stück kann ich hier. Ich mach mal einfach. So, ich mach mal Spikes. So kann man ja nicht Suppe trinken. Wir sind schon das... Huh. Suppe. 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 Sack. Sacksuppe. Sacksuppe. Sacksuppe? Sacksuppe. Ich hab Spargell-Suppe mit Grießbällchen fertig. Steht. Bereit. Wenn du willst, kann man die warm machen. Ach, du Scheiße. Kommt, ihr Kleinen, kommt. Kommt, die Kleinen zum Bies. Kleinen Hölzchen. So, ich hol jetzt nochmal Holz. Und dann machen wir jetzt nochmal Spikes. Du hast echt die Kammerl-Munitionskisten aufgebraucht. Minias. Wenn ich einen Witz machen würde, würde ich sagen, komm, ein Elefant, im Porzellanenladen. Före. Das ist aus dem Film. Wer dieser wundervollen Zuschauer, die da zuschauen... Weißt du, was ich gerade in dem Air Drop gefunden habe? Nein. Ein Repeating Crossbow. Geil. Fuck you. Gib mir, gib mir, gib mir. Ey, komm, du kriegst den. Dann gibst mir deinen und du kriegst den Repeating. 43. Was? Hat einen Schaden von... Äh, 32,64. Ja, komm, tauschen wir. Der Schilder, 32? Na gut. Okay. Ich habe 300er Crossbow und die hat einen Schaden von 22,5. Übrigens, Jackie. Ich bin Crossbow, übrigens. Rein informativ. Ähm, Molotow Cocktail... Äh, Quatsch. Spielekaiser. Molotow Cocktails. Sollte man nicht einfach aus dem Inventar rausziehen. Äh... Da habe ich Leute, die haben sich daran versucht. Nein, weil sie explodieren direkt und du brennst und dann stirbst du. Echt so richtig? Mhm. Ja. Okay. So, äh... Ist nicht so, dass mir das... Nein, das ausprobiert hätte. Das ist jetzt aber schon, ähm... Du hast hier eine Müllkiste gemacht, gell? Dann müll ich jetzt auch mal rein. Okay, erstmal nach Hause. Ich bombe jetzt hier alles mit Zweigs zu, wo noch Platz ist, ne? Mhm. Das ist der Plan, ne? Das ist der Plan, ja. Das ist diese komische Schräge hier. Das... Naja. Es ist so. Ich bring's hier mit runter, dann können wir noch ein paar Spikes setzen unten. Es ist so. I am schon dran. Hast du gesehen, dass wir einen Außenaufzug haben? Noch nicht? Nein. Wie? Also, als wir auch gespielt haben, so haben wir es auch genauso gemacht. Ah ja. Okay, cool. Geil, geil, geil. Geil, 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 geil. Oh, alle. So, ich schlag noch ein bisschen Holz. Aua. Aber du hast schon gesetzt, sehr gut. Dann kann ich ein bisschen aufwerten. Ich hab hier ein bisschen Holz. Kaiser, nimm mal hier, dann kann ich mich zwischendurch auspacken. Yo. Oh, nee. Achso, ja. Achso, ach, ich muss ja noch... Ah, ich war blöd. Warte, du. Ja, ich hab vergessen, zu scrappen. Wing. Ding. So, ich hab 32 Millimeter Kugeln. Wo kann ich die reinpacken? Eine Munitionsküssel? Oh. Ne, in welches... Schießgewehr. Ach, das war nicht dieses Schießgewehr. Zeig mir mal die Crossbowl, bitte. Achso, ja, genau. Äh, wo bist du? Da bist du. Du kriegst den her. Wo ist er hin? Da. Und ich krieg da einen. Ich weiß, ob ich den reparieren kann. Ich reparier den nochmal eben. Okay, dauert eine Minute. Nein, komm, machen wir so. Zack. Hier. Der brauchst du nicht reparieren. Oh, Mama. Ach, die ist aus Ei. Oh. Krass, ne? Die ist aus Ei? Ich hab allerdings, ich hab 15 Pfeile nur für den Crossbowl. Oh, das ist aus Ei. Aber ich kann mir ja Dings herstellen. Die passen nicht. Du kannst es nicht nutzen? Nö. Dann geb ich dir deinen zurück, hier. Scheiße. Hier, heb ihn dir auf. Da brauchst du alten Dings, ne? Ja, ja, da brauchst du irgendwas anderes. Ja, baby, scho, boom, shit. Fuck, the fuck. Baby, shit, ne? Aber ich hab keine Fäße haben gefunden. Magst du noch ein paar Spikes setzen? Ja, Fäße, ähm, ja, warte, ich... Stopp die hier. Wo ist mein fucking Holz da? So, Scrap. Stopp it. Ich dropp dir mal die und dann hast du, weil du noch Scrap-Eier dabei hast, kannst du noch die Spitzen aufwerten. Langfristig müssen wir uns halt Rebar-Frames machen, dass wir außen rumlaufen. Ja, so sollte das ja erstmal passen. Und wir haben einen Aufzug, wir haben Strohballen, wo man runteröpfen kann. Also wir sind jetzt auf dem Level... Ja. Dass man gut rein- und rauskommt. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall zu erstreben, das Level. Was? Was? Bleibchen? Was der Autor damit sagen wollte? Hat ein bisschen gedauert gerade, ne? Ne. Das mit dem Level? Mit diesen Worten verabschieden wir uns aus dieser Folge von Seven Days to Die Rabenhorst und sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge voller Spannung und Hordengematsche. Hashtag raus rein. Bis zum Morgen. Das alte Spiel. Bis dahin. Geil. Ciao. 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 Ciao.